Und herzlich willkommen zu Röck, Counter-Strike 101, Challenge me, mit Dadosch, mit Dadosch, 101, hast du doch, du hast die HE-Dings gewonnen, ach ja, weißt du, das ist am meisten Skill, wenn du brauchst, ne? Du hast das Fun-Ding gewonnen, ist das nicht auch schön? Okay, wir spielen Aim-Barn. Haben wir die nicht beim ersten Mal gespielt? Nein, ich fand die geil, das war so nice alles. Close Combat. Man sieht den Terror gar nicht. Ich hab mal 14 AP. Let it gooo! Nein! Nein! Ich stand halt offen, dein Kopf war nur da. Er reicht doch. Du hast nen Header gekriegt mit 21 Schaden. Das ist gar nicht. Das ist so ne T-Map. Weißt du warum? Weil man dich nicht erkennt. Ja, das glaub ich. Okay, alles klar. Okay, wo ist die AK? Nicht M4. So, jetzt geht's. Gut, gut, gut. Okay, okay. War ja auch abgesprochen. Der war schön, der war schön. Oh, wo hast'n wir her? Oh! Oh Gott! Nein! Was?! Alter, ey! 84 in 1, du Overlappen! Ich dachte, du hast die AWP aufgehoben! Ich dachte, dass die AWP aufgehoben gehören an dich! Jetzt bin ich unsichtbar. Ich seh' dich nicht. Ey! Wie hast du noch? 40, ey! AWP! Nächste Runde. Ey, das ist da nicht ernst. 22 in 1. Ey, du hast ein Headshot kassiert! Aber du auch! Was? Du hast AWP! Ich bin so low! Aber nicht so low wie du! Ich bin low, ey! Das ist echt ne T-Map! Alter! Shit! Alter, du kommst nicht an die AWP! Das war's! Haben wir schon verloren! Haben wir schon verloren! Ja, 86! Ist vorbei! Du steckst dich! Ah! 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 Wee! Shit! Was hier das Ding noch? We kill them all! Und dann könnt ihr gegen eure Freunde spielen. Ey. Okay, jetzt bin ich wieder auf der richtigen Seite, oder? Ne. Du hast nichts mehr. Ey. Das ist nicht mehr... Ey, das ist ein wirklich... Counter-Strike. Ey. Die sind Terror-Maps. Ey. Das war's. Ey, das... Ich hab dich auch nicht erwischt, oder? Einmal irgendwann. Oh, Alter. Du hast 8-6 geführt, dass du deine Runde dadurch schießt. 8-6 und du sagst beide Runde. 8-6, Junge. Ein Punkt hätt' gereicht, hätt's gewonnen. Ja, toll. Ja, ja. Wir sind gleich wieder. Bis gleich. Ich will nicht mehr. Dann sind wir wieder zurück, Leute. Und wenn ihr ebenfalls Challenge mit dem Kollegen oder alleine spielen wollt, Link in der Videobeschreibung alles anmelden. Und vor allem immer euer Nickname in die Kommentare schreiben, denn eigentlich müsste der Verlierer am Ende wieder verlosen. Das machen wir mal zusammen. Ah, verlosen meistens beide was. Ja. Wäre sonst nämlich sehr einseitig. Hehe. Aua. 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 Es gibt übrigens auch neue Maps mittlerweile, also. Oh Gott. Einen HP noch. Oh. Aua. 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 Hör auf, deinen Burst überzumachen. Hattest du noch, Moni? Warum lehntest du nach? Drei Schuss oder so. Ich bin mittlerweile so schlecht geworden zuerst. Unfassbar, ey. Ich hab... Keine Ahnung, warum. Du spielst einfach zu wenig, glaub ich. Komm, ja, hallo. Ey, das ist nicht dein Ernst, ey. Du hast doch drei HP. Ja, drei HP reichen. Ich hatte auch noch drei Schüsse, das war die letzte Burst. Burst krieg ich gar nichts hin, ne. Alter, das war... Jetzt hast du es. Ich komm, Klaus, kannst du das vergessen? Ich hatte sechs HP, ey. Je nachdem, du wärst nicht. Ey, du kriegst aber auch jedes Mal... Das, was ist mir los, Allah? Ey, hallo! Hallo! Ey, das ist nicht so ernst, ey. Mit der Glock geht gut rein, ey. Das ist eine gute Pistole. Das ist eine gute Pistole. Echt? Nö, kannst du knicken. Auf den Arsch, Alter. Bixer. Das ist aber jetzt schon am Ende. Ey. Ich kann nichts machen! Jetzt sind wir vorbei, ey. Ey, ich küsse hier ein! Du hast mir 99 in 1 gegeben, ey. Ohohohohoh. Du hast mir 99 in 1 gegeben. Oh Gott. Oh Gott, was ist das? Ah! Nice. Okay. Ein paar Erden unten kommen. Oh, der Erste hat schon wieder so gesessen. Wieder ein Headshot, ey. Alter, jetzt geht's los. Ohohohoh. Ohohohohoh. Auf die Distanz war das auch geil. Boah, 96, aber es wurde immer noch mal spannend, ey. Ja, wir machen noch eine, was? Ja, komm, wir machen noch eine. Bis gleich. Okay, eine. Bis gleich. Und wieder zurück hier bei aimverygood. Das ist die beste Aim-Map. Aber nicht mit der USP. Ist das wirklich eine USP-Map? Dann kacke ich ab. Oh Gott. Oh Gott. Da wer wächst, glaube ich, ganz gut. Ja, stimmt. Wächst ist ganz gut mit der... USP ist meine schlechteste Waffe, ey. Meine aber auch nicht wirklich gut. Okay. Nein, nein. 2-2 im Warm-Up. Damit kann ich leben. Game very good. Okay, alles klar. Okay, alles klar. Ist auch gemein, ich habe keinen Skin. Ich krieg halt nichts rein, ne? Du kriegst die ganze Zeit rein. Ey, ich treff nicht. Oh, fuck. Move it, move it. LOL! Das ist alles klar. Mach nur in der Hand, Alter. Alles klar. Du hast 3 Hitschotten bekommen. Ey, das ist gelogen. Okay. Dann gibt es aber nochmal ein Hitschot, was so unnötig ist eigentlich. Du hast 2 Hits kassiert, glaube ich. Ey, ich hasse mein Leben. Es macht immer wieder Spaß mit dir, Counter-Strike zu spielen. Ja, ich bin so scheiße geworden. Ey, das ist nicht dein Ernst! Jetzt hat jeder Schuss gesessen am Ende. Ich zielt und schießt und trifft, ey. Jetzt habe ich einen Skin, jetzt läuft das... Okay, alles klar. Ich habe nichts gesagt, ey. Ich habe nichts gesagt, ey. Ist meine schlechteste Waffe? Bock, bock, bock. Okay. Das war vielleicht auch nicht die klüchste Entscheidung, die ich je gerade gemacht habe. Okay, du hast 2 Hits kassiert. Und du kriegst jetzt den Header. Oh Mann, dieses Spiel ist so scheiße. 9-2, Alter. Ja, okay. Das meine schlechteste Waffe, bock, 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 bock. Ich finde, hey, war es doch gar nicht schlecht. Oh Mann, ey. So, wundert euch übrigens nicht. Wir haben die beiden Parts jetzt hintereinander aufgenommen. Genau. Weil wir jetzt gerade die Zeit hatten dafür. Deswegen sind die ganzen Skins noch genauso sortiert, wie beim letzten Mal bei mir. Ich vergibe, wenn es der Track Glock 18 Water Elemental in Minimalware mit Cloud9-Stickern drauf. Alter. Das ist eigentlich ganz nice. Ich glaube, ich packe einen Random Knife. Ich werde, glaube ich, ein Messer reingeben. Schauen wir mal, welches. Challenge-Miename in die Kommentare und dann habt ihr die Chance zu gewinnen. Also, Leute, packt euch einen Challenge-Miename in die Kommis bei Dadoch und bei mir. Und lasst gerne einen Like, dann schaut bei Dadoch vorbei. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Alles gut. Bis dahin und ciao. Dadoch.